Scheint zu fest zu sein. Dürfen wir vielleicht nicht mit dem Kopf daran stoßen, aber das reicht ja nicht. Irgendwie müssen wir diesen Schlüssel hier abkriegen. Er hält sich nicht fest. Wir müssen da wahrscheinlich so lange gegenschwingen, bis der richtig... Aber der hat so ein Problem mit dem Schwingen gerade. Er kommt einfach... Also ich kenne es nur so, dass man eigentlich... Hier... Aber der geht ja auch nicht runter. So, die Sache ist, wir können... Ich habe eine Idee. Ich hoffe, es funktioniert. Bitte lass es funktionieren. Alter. Das kannst du mir erzählen. Okay, nächster Versuch. Ach komm, Schwulen. Läuft, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat keine Heuschnupfen von euch. Okay. Da geht irgendwas auf. Wir verbinden das mal. Ähm... Achso. Hä? Da liegt eine Brosche. Und ich komme nicht ran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da oben liegt eine Brosche. Wie komme ich denn da ran am besten? Wie wir das am dürfsten machen. So, was haben wir hier? Ein Tracker. So. Okay. Hey. Ich weiß nicht, ob wir das Rad brauchen. Ich denke nicht. Oder vielleicht... Nee. Oder ich bin schon wieder blind und bekomme es nicht mehr.